Ich habe ihn nicht gesehen! Ja! Schweinerei! Warum bin ich jetzt weiß? Oh Gott, ist das okay. Aha, ich habe meine Farbe wieder. Ich muss halt gestehen, ich bin halt echt schlecht als Impostor. Ich bin echt schlecht als Impostor. Ja, das kann halt nicht jeder so gut sein wie ich. Hotz! Hotz! Ich habe ja irgendwie gedacht, ich stelle mich jetzt hinter dich, um sicher zu sein, dass du es nicht bist. Das töte der mich und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich bin die Blödsinn der Person auf diesem Plan. Das Schlimme ist, wenn ihr euch meinen Stream anguckt, also wenn ihr euch dieses Video anguckt, ich habe gedacht, dass ich mit der Leertaste nicht töten kann und mir ist andauernd die Map aufgegangen. Weil es zu sabotagen, weil man damit die Sub... Weil dadurch ist nämlich die ganze Zeit der Sabotagefeld aufgegangen und ich so, nee, ich will ihn doch töten. Wieder, wieder weggedrückt, wieder gedrückt, wieder aufgegangen. Weiß ich, ich bin getötet worden und habe gedacht so, welche Logik habe ich jetzt damit verfolgt? Jamie, kannst du mir mal meine Farbe wieder geben? Nein, das meine. Ich bin ein Teufel. Du bist kein Teufel, du bist grün. Ich bin ein Teufel, ich finde. Jamie ist doch rot. Nein, ich bin Drache, ich bin rot. Ich bin blau. Wir haben auch einen blauen Drachen hier. Ja, ich bin so blau. Ist egal, starten. Ja. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es Lavagandor, weil der so eine Farbe haben will. Ohne Scheiß. Ich mache ihn auch im Auge. Ich mache keine Witze. Ich mache keine Witze. Ohne Scheiß. Ich würde es zugeben, wenn ich im Poster wäre. Hm, ich würde dich töten, wenn ich im Poster wäre. Wir können mal verstecken spielen. Oh no. Was ich so schlimm fand, ist, dass ich eigentlich wirklich Jamie das zeigen wollte. Ohne, dass ich im Poster bin. Und dann werde ich wirklich im Poster. Das ist so... Ah fuck. Ja, was ich lustig finde, es gibt ja auch einen richtigen Funkgerät für das Spiel. Das kannst du dir runterladen und dann hörst du dich nur die Leute, die in deiner Nähe sind. Okay. Okay. Das ist so ein Trickenspielen, richtig geil. Hm. Oh, nice. Aber das... Ein toter Body auf dem Gang zwischen Security und dem, was da links so verdient ist. Das kann ich nicht reden, Leute, aber eure Vote sollte offensichtlich sein. Ich will es auch einfach tun, einfach nur weil ich es davor gesagt habe. Tut mir leid. Leute, wir wissen was zu tun. Ich will es einfach tun. Ich will es. Ich will es tun. Ich will es tun. Ich will es tun. Bitteschön, wenn es euch glücklich macht. Oh man. Tja, ich habe meine Farbe und meine Gegner sind ausrüstet. Das ist so. Irgendwie wird es gerade witzig. Wird so ein Spiel wie das Spiel. Nein. I am red. I am red. Davidi Davidi. Faltes lieb. Ja, ich weiß aber. Ich habe es eingetalt. er hat es überscriptet hat es gemoddet dann wäre es ein bisschen höher es wäre nicht passiert wenn man gechillt haben wir es wäre nicht passiert wenn wir darüber diskutiert hätten was passiert ist überlegt mal wenn es gewesen wäre dann hätte ich ihnen nicht beschuldigen das so many options Vielen Dank. nein habt ihr es gerade echt nicht hingekriegt den zweiten code einzugeben wie großartig ich habe alleine den einen eingegeben und dann komme ich rüber stehen drei leute um den code rum nein ich stand ich stand ich bin gerade immer ist angekommen ich weiß nicht wer da schon stand ich bin gerade erst angekommen weil ich auch von der ganze anderen seite kam ich bin ich bin total cool dass ich einfach gesagt habe ja er ist es jeder wollte für ihn und niemand denkt daran dass ich ihn halt nicht beschuldigen dürfte wenn es wirklich aber ihr habt alle gesagt ja ich ziehe mit aber ganz ehrlich ganz ehrlich ja ganz ehrlich stehe ich dazu das habe ich auch verdient nein ich will inarie töten können wir inarie töten egal wer es ist wir stimmen das nächstes für mich nein inari hat ja schon ihre farbe verloren die narie hat ein nudelholz das ist gefährlicher oh oh ich habe ein nudelholz ich habe ein bisschen jetzt ist alles ist es hier Ich hasse euch! Darf ich nicht meinen Hass zu Ende machen? Nein, besonders wenn mir Jing entgegenkommt und hier liegt ne Leiche. Wo lag die Leiche? Dankeschön, jetzt habe ich ein Lied im Kopf mit... I'm blue dabididabidai, 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 dabididabidai Kann ich für mich selbst voten? Ja... Also ich vertraue Lava vollkommen. Ey, das ist ja nicht für Lava stimmt! Ja ich wollte, aber ich vertraue trotzdem, in dieser Runde. Ich wollte es noch anmerken! Aber nur weil du auf media... Es ist die zweite Flasche leer. Ich bin ständig vor-zurück-vor-zurück gelaufen, weil ich dachte, dass du Impostor bist. Wen bestimmen wir jetzt vor der Runde, wer es nächstes Impostor wird? Also es tut mir leid, ich bin jetzt langsam für Inari. Wir haben damit eine Erfolgsquote von 100%. Wir sollten damit weitermachen. Ja, also gut. Dann als nächstes Inari. Inari. Inari, sind wir alle dafür? Ja. Okay, wunderbar. Mal gucken, mal gucken. Ich lache gleich. Also wenn ich laut lache, ja. Dann können wir gleich aufhören. Können wir gleich voten. Nein, wir machen mal so. Wir tun mal so. Jetzt, sei still. Wir haben jetzt nicht gehört, ob sie gelacht hat. Och, ich muss auch labern. Ja, das kommt davon. Nein, das mache ich, denn ich bin der Labergandor. Oh ja, was wirst du? Nein. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Wo? Hallo? Jemi? Hallo? Wo hast du sie gefunden? Direkt rechts neben der Cafeteria, da wo dieser Sessel ist. Es ist nicht Hutz. Hutz ist in die andere Richtung gelaufen. Dann hätte ich einen Verdacht. Inari, die kam da von da aus der Ecke. Okay, Inari wäre jetzt nicht mein Verdacht gewesen, aber von mir aus wäre er auch inari. Inari kam aus der Ecke. Also, aufhören wir mal einen Ausschlussverfahren. Es ist Inari, und wenn Inari es nicht ist, dann ist es Seliroth. Ja, ich wäre nämlich auch für Seliroth, der kam nämlich während dem Alarm gerade von der Richtung, während ich... Oh, da geht es so viel. Nein, Inari kam auch aus der Ecke. Inari ist von... Ja, von mir aus dem Worten wir Inari, und wenn es Inari nicht ist, Worten wir Seliroth. Inari ist nämlich rechts oben in die Cafeteria rein, und ist runter zu atmen. Also kann sie da oben einen umgebracht haben. Ich will Inari rauswerfen. Aber sie hat nicht gelacht. Also ganz ehrlich. Ja, wahrscheinlich hat sie sich auf den Finger gebissen. Wenn sie es jetzt wirklich ist, dann ist sie... Dann ist sie so dermaßen mysterious. Sie war's! Guck! Sie war's! Sie... Äh! Also, wer hat eine Trennung? Was? Wollen wir das Spiel überhaupt noch spielen? Wollen wir es nicht einfach... einfach vorhersagen? Wer ist es als nächstes?